Aber warum die Leute gegen mich schießen, ist, weil ich das Rad neu erfinde. Ich bin ein Game Changer. Ich sag nicht, drei Sätze von Professor 1962, da gab es einen Professor, der hat mal, genau, das ist eine alte Scheiße. Alle empfehlen, für ein Latt mache ich Latt ziehen und dann mache ich nochmal rudern im Sitzen und dann nochmal am Kabel und vielleicht auch mit der Langhandel. Und dann mache ich Bizeps, Rücken, dann mache ich Trizeps, Schulter, Brust und Beine, Bauch. Immer die gleiche Scheiße. Ich sage, hey, wenn du draußen arbeitest, schwer auf dem Feld, ist der ganze Körper am Arbeiten und nicht nur der Bizeps und der Rücken. Und die Beine merken gar nichts und der Arsch auch nicht und die warten auch nicht, sondern der ganze Körper arbeitet. Und wenn der ganze Körper, und da kommt mein Medizinstudium mir zugute, denn ich weiß ja, welche Hormone brauche ich? Ich brauche Wachstumshormonen, das, was sich die Leute spritzen. Wie viel produziere ich? Zwei Einheiten am Tag. Wie kann ich mehr produzieren? Weniger Kohlehydrate. Vielleicht mal ab und zu ein bisschen Fasten. Vielleicht so Intervallfasten, sodass ich sage, sechs Stunden fresse ich, fünf Stunden fresse ich und den Rest fresse ich nicht. Oder ich esse etwas, was zum Beispiel keine Insulinausschüttung nach sich zieht. Obst. Ich kann zum Beispiel ein Ernährungskonzept haben, wo ich fünf Stunden am Tag alles fresse, was ich will. Akku leer. Okay. Jetzt trinke ich was. Ja, Flexe. So. Ja? Okay, okay. Bitte. Warum bin ich verrissen in dem System? Warum sind so viele gegen mich? Weil ich ein Game Changer bin. Weil ich nicht den gleichen Kram runterbete wie alle anderen. Nimm ein Eiweiß, kriegst einen dicken Arm, dann wird die Jacke eng, dann kommt die Ex-Frau zurück. Hat mit dem Eiweiß gar nichts zu tun. Gehe fünfmal die Woche zum Sport, mache Kardiotraining zum Abnehmen. Niemals ist Kardiotraining zum Abnehmen, wenn überhaupt, ist es was für das Herz-Kreislauf. Also für den Herz-Kreislauf-Apparat. Das ist ein kardiovaskuläres, das ist ein Herz-Kreislauf-System. Hat nichts mit Fettverbrennung zu tun. Man geht ja auch nicht zum Kardiologen, wenn man einen dicken Arsch hat und sagt, den hätte ich gerne einen Dünner. Geben Sie mir mal einen Tipp. Ja? Da geht man zum Ökotrophologen, also zum Ernährungswissenschaftler. Okay, weil ich ein Gamechanger bin, weil ich weiß, da draußen sind alle mit ein, zwei, drei Kinder zu Hause. Und eine Tante, die keinen Bock hat mitzukommen. Oder er hat keinen Bock mitzukommen. Und die wollen jetzt noch zum Sport, sind abgenervt und kaputt von ihrem Job. Und denen sagst du, fünfmal die Woche, eineinhalb Stunden Krafttraining, dann fallen die tot um. Weil das Training ist auch eine Belastung für den Körper. Es ist zusätzlich Stress für den Körper. Es sei denn, du hebst 20 Kilo beim Bankdrücken, also nur die Stange. Dann ist das kein Training, aber dann ist es auch kein Stress. So, das heißt, wenn du denen sagst, fünfmal die Woche, entweder macht er das, dann kippt er tot um. Oder er macht es nicht, weil er sagt, das schaffe ich gar nicht, ich bin viel zu müde. Und dann macht er nämlich gar nichts. Wie alle Leute, die ich sie sehe in der Sauna.